Was ist die Bizerba-Kontroll-Wage? Frank, erzähl uns doch etwas über die Bizerba-Kontroll-Wage. Ja, wir haben ja eine Kooperation mit der Firma Bizerba. Bizerba ist der marktführende Hersteller von Frischetheken-Wagen. Das sind die Wagen, die wir aus dem Edeka oder aus dem Rewe kennen, die dort im Einsatz sind und die von den Verbrauchern, von den Mitarbeitern so genutzt werden, dass dort Zusatzinformationen zu den Produkten angezeigt werden. Ich sehe hier im Bereich Fisch, wo kommt der Fisch her, wo ist das Fanggebiet, wie viel Fett enthält der Fisch. Das sind Informationen, die werden bereits seit langer Zeit von der Industrie bereitgestellt. Unsere Kooperation, die wir jetzt gemeinsam mit Bizerba angegangen sind, beinhaltet eine Bizerba-Academy. Und hier haben wir die Möglichkeit, die Mitarbeiter im Thekenbereich noch inhaltlich zu informieren. Das heißt, ich habe als Mitarbeiter, der jetzt Fisch verkaufen soll, die Möglichkeit zu sehen, wo kommt der Fisch her. Es gibt Salzwasserfische, es gibt Süßwasserfische, es gibt Fische, die wandern hin und her. Ich habe die verschiedenen Fischtypen. Und all das wird über diese Waage direkt zum Kunden gebracht. Und ich habe erstmals die Möglichkeit, das Fachwissen aus den Büchern direkt über dieses Medium zum Kunden zu bringen und dann auch zum Auszubildenden zu bringen und dann entsprechend auch zum Mitarbeiter, der weiterqualifiziert werden soll. Der Lebensmitteleinzelhandel benötigt diese Warenkunde. Und diese Warenkunde bringen wir damit wieder zum Kunden, zum Endkunden. Und in diesem Ausmaß ist diese Warenkunde über eine Waage zu vermitteln bislang ein Novum? Das ist ein Novum, das gibt es am deutschen Markt bisher überhaupt nicht. Wir haben dieses System so aufgebaut, dass wir ein Basiswissen haben, das ist über die Waage abrufbar. Es gibt auch Ergänzungsmodule und diese Ergänzungsmodule sind dann über das Internet verfügbar. Und es gibt Wissenstests, die ich machen kann, sehe sofort meinen Kenntnisstand, kann darauf aufbauen. Das hier ist eigentlich so das Basiswissen, das ich dann am Arbeitsplatz direkt vermitteln kann. Das ist einzigartig in Deutschland und eigentlich in der Welt. Das gibt es nirgendwo. Bizerba ist der größte Wagenhersteller weltweit und ist mit diesem Produkt und mit unserem Wissen, das auf diesem Wagen ist, als erster am Markt. Und es wird ein ganz spannender Bereich.